Mit dem Druck-Zug-Test-System können sehr kleine Kräfte erzeugt und gemessen werden, wie sie zum Beispiel zur Tastenprüfung notwendig sind. Aber auch mittlere Druck- und Zugkräfte bis 2,5 kN können realisiert werden. Freieinstellbare Traversengeschwindigkeiten und eine elektrische Schaltpunkterkennung für die Haptikprüfung von Tasten ermöglichen vielfältige, aktive Verwendungsmöglichkeiten. Typische Anwendungen sind die erwähnten Tastentests, weiterhin Zug- und Druckprüfungen an Federn, Abschertests von gelöteten Bauteilen, Zugtests an Krimverbindungen oder einfach die Haftung von Klebeverbindungen. Alle Messwerte werden tabellarisch und grafisch aufgezeichnet und stehen somit für weitere statistische Berechnungen zur Verfügung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!